Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Lecture-and-Filmreihe, die Sie wahrscheinlich alle kennen inzwischen. In diesem Jahr seit Oktober widmen wir uns Agnes Varda und zwar unter dem Titel Selbstportraits von anderen, das Universum von Agnes Varda. Und ja, heute, da sind wir ganz stolz und froh drüber, dass heute ihr berühmtester Film wahrscheinlich gezeigt wird, Cléo de Saint-Cassette, auf Deutsch der Untertitel Mittwoch zwischen 5 und 7. Und ja, wir haben diese Kopie heute bekommen vom Institut Francais in Kooperation mit dem französischen Konsulat in einer ganz wunderbaren Fassung und zwar im Gegensatz zu sonst nicht digital, sondern tatsächlich noch schön analog, 35 Millimeter, eine richtig schöne Kopie. Genau, das Dankeschön an das französische Konsulat dafür, an was wir und Dominique Lebray, die uns da redlich unterstützt haben in dieser Reihe. Der Film wird mit deutschen Untertiteln auch gezeigt und auch das ist ein Unterschied zu sonst, aber ich denke, das ist eher positiv zu vermerken. Wir werden eine ganz tolle Referentin heute auch wieder hier haben, Katrin Peters. Vinzenz Hediger wird es dir gleich noch mal vorstellen. Ich möchte Sie natürlich gerne noch auch auf unser Begleitprogramm hinweisen, denn wie immer haben wir versucht, mittwochs und samstags um 18 Uhr Ihnen ein Programm, das so diese Reihe, diesen Blick auf Agnes Varda etwas erweitert zu gestalten. Und in diesem Monat ist das Michel Piccoli gewidmet, einem ganz wichtigen Schauspieler für Sie, der auch passenderweise in diesem Monat seinen 90. Geburtstag feiert. Und heute genau hat Godard seinen 80. Und deswegen ist es eine ganz besondere Sache, dass wir natürlich Le Mepri zeigen am Samstag, auch in einer schönen Filmkopiefassung, auch wieder vom Esté du Francais zur Verfügung gestellt. Danach noch Belle de Jour, auch ein sehr, sehr sehensweiter Film. Und dann gehen wir in die Neuzeit. Habemus Papam von Nanni Moretti. Dafür hatte Piccoli den europäischen Filmpreis bekommen. Ja, passt auch ganz gut. Wir haben ansonsten hier gerade Verso Sud im Haus, das Festival des italienischen Films, das noch den ganzen Monat über zu sehen sein wird, mit einigen tollen Entdeckungen und einer Hommage an Francesco Rosi. Auch das lohnt sich sehr, aber genug der Werbung. Heute geht es ganz um Agnes Varda und begrüßen Sie jetzt erstmal Vinzenz Hediger. Einen schönen Abend uns allen. Ja, guten Abend. Ich habe hier zweizettelig, muss erst eine kleine didaktische Pedanterie zur Kenntnis bringen. Das ist hier, man merkt es fast nicht, aber auch eine Lehrveranstaltung. Es gibt Leute, die Scheine erwerben. Und ich möchte alle, die Scheine erwerben wollen, bitten, sich nach der Vorführung des Films auf diese Liste einzutragen, die dann im Ausgangsbereich bereit liegen wird. Und damit haben die Regularen ein Ende. Der Film, den Sie heute sehen werden, ist, wie Urs Spurri schon gesagt hat, ohne Frage der bekannteste aus dem überaus reichhaltigen Werk von Agnes Varda. Realisiert auf dem Höhepunkt der Nouvelle Vague zählt Cléo de Saint-Cassette zu den ikonischen Filmen des französischen Kinos der frühen 1960er Jahre. Und damit, so darf man getrost sagen, auch des Weltkinos. Es ist ein Film, der wie viele Filme der ersten Phase der Nouvelle Vague in den Strassen von Paris gedreht wurde, weitgehend. Mit Elementen der Improvisation und unter Verwendung vorgefundener Situationen, Drehorte und Personen. Zugleich ist es ein Film, der insofern unverkennbar die Handschrift von Agnes Varda trägt, als diese, wie ich es formulieren möchte, nicht in der Lage ist, ihre Kamera irgendwo hinzuhalten, ohne ein Bild zu machen. Das heisst, eine visuelle Komposition zu stiften, zu schaffen, die mehr ist als nur eine fotografische Darstellung der Objekte vor der Kamera. Eben ein Bild. Es ist mit anderen Worten ein Film, der noch einmal in besonderer Weise daran erinnert, dass Varda von der Fotografie her kommt und ihr Kino immer im Horizont und im Gedanken an die bildende Kunst an die Malerei insbesondere verstanden und realisiert hat. Ein Schlüsselwerk also einer Regisseurin, die von der Fotografie her kommt und als einzige Frau in dem von Jungs dominierten Schlüsselmoment der Kinogeschichte, den die Nobel Vague darstellt, in diesem Zusammenhang einen Wendepunkt durchaus der Kinogeschichte markiert. Fotografie, Film, Musik, Gender. Es fällt schwer, sich eine Referentin vorzustellen, die besser geeignet wäre, sich im Rahmen unserer Reihe mit diesem Film auseinanderzusetzen als unsere heutige Referentin Kathrin Peters. Kathrin Peters ist Professorin für Geschichte und Theorie der Visuellen Kultur an der Universität der Künste in Berlin. Nach einem Studium der Visuellen Kommunikation an der Universität Essen, wo sie einen Fotografie-theoretischen und Fotografie-historischen Schwerpunkt studierte, setzte sie ihre akademische Ausbildung fort an der Humboldt-Universität in Berlin, wo sie Kulturwissenschaft studierte und 2007 mit einer Kultur- und historischen Arbeit promoviert wurde. Nach Lehr- und Forschungstätigkeiten in Potsdam, Köln und Braunschweig war sie bis 2014 Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Universität Oldenburg. Seit 2014 ist sie Professorin eben für Geschichte und Theorie der visuellen Kultur an der Universität der Künste. Kathrin Peters hat in den letzten Jahren zur Entwicklung des jungen Feldes der Medienwissenschaft in Deutschland einen kaum zu überschätzenden Beitrag geliefert, indem sie als Co-Redaktionsleiterin die Zeitschrift für Medienwissenschaft aufgebaut hat. Eine Zeitschrift, die sich in kürzester Zeit als die maßgebliche Plattform für die Präsentation von Forschungsergebnissen und die Qualisierung von Forschungsthemen in diesem rasch und dynamisch sich entwickelnden geisteswissenschaftlichen Forschungsfeld etabliert hat. Man kann diesen Erfolg im Übrigen quantifizieren. Die Zeitschrift für Medienwissenschaft bekommt die Mitglieder der Fachgesellschaft, Gesellschaft für Medienwissenschaft im Abo. Bevor es die Zeitschrift gab, hatte die Gesellschaft 277 Mitglieder, heute sind es 1300. Außerdem ist die ZFM meines Erachtens und ich bin mit dieser Ansicht nicht alleine die bestaussehende wissenschaftliche Zeitschrift erfällt. Das verdankt sich den Entscheidungen, die Kathrin Peters gefällt hat im Aufbau der Zeitschrift. Die Arbeitsschwerpunkte von Kathrin Peters eigener Forschung betreffen weiterhin Geschichte und Theorie der Fotografie, die digitale visuelle Kultur, Gender und Medien, da erscheint demnächst ein Grundlagenbuch mit einer Sammlung aller wesentlichen einschlägigen klassischen Texte, sowie die Medialität von Architekturen. Unter ihren zahlreichen Publikationen möchte ich die Monografie Rätselbilder des Geschlechts, Körperwissen und Medialität um 1900 bei Diafanes in Berlin und Zürich erschienen 2010 hervorheben, sowie Die Stadt von Morgen Beiträgen zu einer Archäologie des Hansa-Viertels Berlin. Eine Arbeit, die eben den Bereich der Medialität von Architektur betrifft und damit ein Thema, was gewiss heute auch wieder virulent werden wird. Bitte heissen Sie gemeinsam mit mir willkommen Kathrin Peters. Ja, vielen Dank, Vincent, für die Einführung, in der ich mich kaum wiedererkannt habe. Hört sich sehr gut an. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung auch an Urs Spörri und ich freue mich auch sehr, den Film heute vorstellen zu können und finde das meinerseits auch ganz großartig, dass der auf 35 Millimeter gezeigt wird. Das habe ich, habe selber ihn auch noch nie gesehen in der Weise. Obwohl, ich weiß es gar nicht, vielleicht doch. Es ist nicht sehr lange her, dass ich Cléo de Saint-Cassette zum ersten Mal sah. Es mag während der Agnès Vardin Retrospektive 2009 im Kinoarsenal in Berlin gewesen sein, die Birgit Kula damals organisiert hat. Damals habe ich auch San-Trois-Nioulois angeschaut auf Deutsch Vogelfrei, den ich bei dieser Gelegenheit allerdings schon zum zweiten Mal oder mindestens zweiten Mal sah. Schon als er rauskam, 1985 hatte ich ihn im Kino gesehen, beeindruckt damals von der Protagonistin Mona, eine Wanderin, ein Dropout, dabei eine Frau meines Alters, unglaublicher Entschlossenheit und Wut vergessen hatte ich. Das war da, sie sterben lässt gleich zu Beginn. Was ich erinnerte, war vor allem Sandrine Bonner, die die Figur Mona spielt. Ich erinnerte und erinnere noch die eiskalten Felder im Winter und die Idee von Unabhängigkeit, auch wenn die Protagonistin an ihr der Unabhängigkeit oder vielleicht sogar nur der Idee von Unabhängigkeit scheitert. Zu Agnès Vardar gearbeitet, also vorgetragen oder geschrieben, habe ich vor dem heutigen Abend überhaupt erst einmal, das erwähne ich vorsorglich, um Erwartungen zu dämpfen, die auch Vincenz Hedega womöglich gerade geweckt hat, ihre Erwartungen und auch sicher meine eigenen Erwartungen. Ich bin keine Vardar-Expertin, wie viele andere es sind, die in dieser sehr, sehr schönen Reihe, wie ich finde, gesprochen haben und auch noch sprechen werden. Ich habe vor ein paar Jahren eine kurze Filmbesprechung geschrieben zur Le Plage d'Agnès, der Film heißt auf deutsche Strände, der Agnès, und zwar als der Film in die deutschen Kinos kam. Le Plage d'Agnès ist so etwas wie eine filmische Biografie, war das filmische Autobiografie, die aber keinen großen Lebensbogen entwirft, in dem alles seinen Platz findet und Erinnerungslücken aufgefüllt werden, bis sich eine kohärente Geschichte ergibt. Dem Furore der Biografisierung widersteht war da mit diesem Film. Man sieht sie, wie sie im Haus ihrer Kindheit in Brüssel steht. Ein Sammler von Modelleisenbahnen wohnt jetzt da, von dem sie sich alles zeigen lässt, die Eisenbahn und den Garten hinterm Haus, in dem noch die Umrisse des Teiches zu sehen sind, der dort angelegt war, als sie ein Kind war. Aber kein nostalgisches Gefühl stellt sich ein. Stattdessen montiert sie einen Filmschnipsel dazwischen. Denn Agnès war da weiß, man kann keinen vollständigen Bericht von sich ablegen, beziehungsweise man kann es nur, wenn man meint, über sein Leben vollständig verfügen zu können, als gäbe es kein Unbewusstes und als ging nicht jedem und jeder von uns zu viel voraus an Normen in der Sprache, als dass es narrativ einzuholen wäre. Vielmehr als ein Lebensbogen ist Le Plage d'Agnès daher ein Erzählen in Fragmenten, ein Erzählen, in dem ganz offensichtlich und ganz offensiv erfunden und nachgestellt wird, in dem Einzelteile, Erinnerungsbrocken, gefundenes und übrig gebliebenes, Fotografien zum Beispiel, miteinander verbunden werden und zwar auf eine Weise, die die Verbindungsstücke und die Montage oder das Montiert-Wordensein immer sichtbar hält. Sie werden den Film ja noch sehen in dem Programm, wenn Sie mögen. Erinnern wir Vergangenes, so scheint Agnès Vardas Frage zu sein, nicht ohnehin nur aufgrund von Fotografien oder erinnern wir womöglich überhaupt nur die Fotografien und die Erzählungen, die sich an diese Fotografien geheftet haben? Vardas scheint mit Le Plage d'Agnès, indem sie ihr 80-jähriges Leben, wie das einer anderen kommentiert, moderiert und vorstellt, auszuprobieren, wie sich mal diese Erinnerung oder diese Fantasie ins Bild setzen, mal jenes Ereignis nacherzählen lässt. Erinnerungen sind wie Fliegen, die ungeordnet um einen herum schwirren, heißt es einmal sehr schön im Film. Wie kommt das ungeordnete Geschwirre von Filmerinnerungen um einen herum, Fragmente allesamt in einen Text? Filme schaut man ja nicht der Reihe ihres Entstehens nach. Das Wissen um ihre Chronologie muss erst rekonstruiert werden. Vielmehr sieht man Filme, oder besser sehe ich Filme, vor dem Hintergrund der eigenen Gegenwart, die sich ständig verändert und man liest und versteht diese Filme vor dem Hintergrund anderer Filme wiederum, die man bereits gesehen hat. Wie ließe sich also Film oder Rezeptionsgeschichte Ceylon Agnès Vardar schreiben? Wie lässt sich mit Vardar über Vardar sprechen? Zum Anlass der Filmbesprechung von Les Plages d'Agnès, die ich 2009 geschrieben habe, hatte ich einige weitere Filme Vardars angeschaut, die ich noch nicht kannte und die ich noch einmal sah, wobei ich mir beim Wiedersehen oft nicht mehr sicher war, ob ich sie denn tatsächlich vorher schon gesehen hatte. Les Glaneurs et la Glaneuse von 2000 ist wohl einer meiner Lieblingsfilme im Vardar-Universum geworden. Ich weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt. Die Sammler und die Sammlerin, wissen Sie das? Ja, ne? Der läuft hier auch noch. Les Glaneurs et la Glaneuse handelt vom Sammeln, genauer vom Aufsammeln, noch genauer vom Aufsammeln vor allem von Früchten, aber auch von, handelt auch vom Aufsammeln von allen möglichen anderen Dingen, von Dingen, die übrig geblieben sind, die liegen geblieben sind. Kartoffeln auf abgeernteten Feldern zum Beispiel, noch zu Gebrauchendes im Müll. Gemüse auf Märkten, von denen man sich vollständig ernähren kann, wie es ein Mann im Film tut, den Vardar kennenlernt und er ansonsten unentgeltlich Migranten und Migrantinnen französisch unterrichtet. Les Glaneurs et la Glaneuse bringt sowohl thematisch auch in seiner Machart das Verfahren Agnès Vardars auf den Punkt. Sie ist, La Glaneuse, die Sammlerin. Film ist Aufsammeln. Filme machen ist eine Praxis des Aufzeichnens und Notierens des Aufsammelns all dessen, was man da findet, was sie vorfindet. Dieses Aufgesammelte wird dann geordnet, in Sinnverbünde und Verdichtung gestellt. Sine-Ecriture hat man da dieses Verfahren selbst einmal genannt. Sine-Ecriture meint, das Drehbuch, sofern es überhaupt eines gibt, nicht allzu wichtig zu nehmen, stattdessen die Szenen aus der Arbeit am Set und aus den Zufällen, die sich dabei ergeben, zu entwickeln und miteinander zu verfugen. Schauspieler, Schauspielerinnen, Orte, die Begegnung an diesen Orten und das, was man in der Montage mit Worten und Musik machen kann, das ergibt Filme, die Vardar als grundsätzlich dokumentarisch beschreibt. Also sie beschreibt ihre Filme als grundsätzlich dokumentarisch. Und dabei ist es gleichgültig, ob Spielszenen darunter sind oder nicht. Das gilt für sie immer noch als dokumentarischer Film. Was ich versuchen möchte zu zeigen, ein bisschen in die Richtung zu weisen, ist, dass auch Cléo de Saint-Cassette, auch das auch in Cléo de Saint-Cassette war das Verfahren sichtbar ist, ein Film, den sie bei seinem Erscheinen schon als subjektive Dokumentation beschrieben hat. Meistens wird Cléo heute als Film der Nouvelle Waag bezeichnet oder auch als Frauenfilm. Wir werden sehen, was das heißt. Also auch Cléo war das zweiter Spielfilm überhaupt, habe ich mehrmals gesehen, zumal in Vorbereitung des heutigen Abends. Cléo, die Protagonistin, gespielt von Corinne Marchand, stirbt nicht wie Mona in Saint-Croix-Nilloire oder auch wie Thérèse in Le Bonheur, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen, dem Film, der 1965 auf Cléo folgte. Aber der Tod spielt auch in Cléo de Saint-Cassette eine Rolle. Unvermeidlich für mich jetzt eine kleine Synopse des Films zu geben, obwohl ich wünschte, wir hätten den Film jetzt gesehen, alle zusammen und könnten dann sozusagen direkt in einzelne Szenen gehen, aber eine kleine Synopse folgt nun. Der Film beginnt mit einem Besuch Cléos bei einer Kartenlegerin, die aus den Tarotkarten beim besten Willen keine gute Zukunft abzulesen vermag. Die Einstellung auf den Kartentisch und die Hände der Frauen sind die einzigen Farbigen des gesamten Films. Das Wort Concert, Krebs fällt, es wird geraunt, als Cléo schon die Protagonistin zur Tür raus ist. Der Film endet im Hof der Salpetriere, dem großen Pariser Krankenhaus, mit einer Diagnose. Ja, es müsse bestrahlt werden, aber das müsse nichts heißen. Was der im offenen Wagen vorfahrende Arzt andeutet, ist also verklausuliert, genauso wie die Rede der Wahrsagerin, immer bedacht, nicht zu viel zu sagen, das kapriziöse Wesen, das die junge Frau darstellt bzw. dass ihr unterstellt wird, zu schützen. Jemanden zu schützen heißt auch, ihn nicht ernst zu nehmen. Die Zukunft wird nicht erzählt, die Vergangenheit auch nicht. Die 90 Minuten des Films sind die Zeit des Wartens, eine Zeit des Driftens durch Paris, die als Transformation der Hauptfigur Cléo erzählt wird. Die zeitliche Struktur des Films selbst ist dabei streng schematisch. Die Filmhandlung entwickelt sich über die Dauer, in der wir den Film sehen. Das heißt, die erzählte diegetische Zeit ist mit der Filmdauer identisch. Die 90 Minuten, die wir sehen, sind sozusagen wie eine Realzeit gefilmt. Tatsächlich beginnt der Film um 17 Uhr und endet um 18.30 Uhr. Die Uhren, die im Film auftauchen, zeigen immer genau die Uhrzeit an, die auf den 13 Kapitelüberschriften, die den Film unterteilen, genannt wird. Das trifft selbst auf die im Radio angesagte Uhrzeit während einer sehr schönen Taxifahrt im ersten Drittel des Films zu, sowie auf die Uhren, die auf der Straße stehen. Agnes Vada hat, heißt das, den Film im Juni und Juli 1961 in chronologischer Reihenfolge der Szenen gedreht, also wirklich eine Szene nach der anderen. Und soweit möglich und nötig, immerzu jeweils genau zur Uhrzeit, die in der Diägese angegeben ist. Zwar legt der Filmtitel nahe, wir würden Cleo zwei Stunden sehen, von fünf bis sieben, auf Deutsch heißt der Film Mittwoch fünf bis sieben, aber hier hat Vada ein wenig gemogelt und zwar zugunsten einer Anspielung, die sie sich nicht entgehen lassen wollte und die die Figur charakterisiert, bevor sie im Film überhaupt auftaucht. Saint-Gassette heißt im Französischen auch, die Zeit am späten Nachmittag, in der sich geheime Geliebte treffen oder genauer gesagt, in der Ehemänner ihre Geliebten treffen. Die Geliebten, die hingehalten werden, die auf dieses Treffen warten, warten müssen, wie auch Cleo auf irgendetwas wartet, auf ihren Durchbruch als Sängerin zum Beispiel. Saint-Gassette, das ist hier Vadas Ironie. Es lassen sich drei Teile ausmachen, in der die Veränderung, das Erwachen, wie Vadas selber genannt hat, Cleos erzählt wird. Ein erster Teil, in dem Cleo in Begleitung ihrer Angestellten, die zugleich so etwas wie eine Gouvernante ist, Angel heißt sie unterwegs ist und der Teil der Beide in einen Hutladen führt und eine Taxifahrt unternehmen lässt. Die Lässigkeit der Taxifahrerin steht im Kontrast zur Zurechtgemachtheit Cleos, die in High Heels und mit Perücke das Subjekt to be looked at ist, sich in diesem Subjektstatus eingerichtet hat, verwöhntes Kind und schöne Frau zugleich. Die Figur Cleo ist schon im Zeitkontext ein Anachronismus. Die Szene im Hutladen macht das klar. Sie ist ein Spektakel der Selbstversicherung in Spiegeln, Schaufenstern und der Blicke der anderen Frauen. Wir könnten jetzt einen kleinen Ausschnitt sehen, dieser Hutladenszene. Also Cleo und Angel, die Begleiterin, gehen noch ein bisschen durch Paris und vor allem fahren sie mit dem Taxi zurück nach Hause. Daraufhin folgt in Cleos Atelier, Studio, Wohnung. Es folgt dann ein Mittelstück, das Cleo eben in ihrer Wohnung zeigt, umschnurrt von Katzen und Angel. Nacheinander kommen verschiedene Männer vorbei, der Geliebte und dann zwei Musiker, die alle nicht sehr viel Zeit haben. Die Musiker wollen ein neues Stück mit ihr einstudieren. Aber unter dem Druck der Prophezeiung, der existenziellen Bedrohung, die aus dieser Kartenlegerei herrührt, setzt Cleo einen Bruch in Szene. Die Herablassung und Verniedlichung, die ihr, wie es scheint, völlig unbedacht in großer Selbstverständlichkeit von all den drei Männern entgegengebracht werden. Sie können nicht, sie wäre nur durch finanzielle Mittel groß geworden. Sie könnte gar keine Noten lesen. Der Geliebte hat nie Zeit und so weiter. Diese ganzen Herablassungen, die völlig unbedacht vorgetragen werden, quittiert sie. Sie kleidet sich um, legt die Perücke ab und es beginnt der zweite Gang durch die Stadt. Cleo wird jetzt eine Flaneuse. Sie verlässt die Position der Shopperin oder Window-Shopperin, die diejenige ist, in der Frauen in der Stadt sich bewegen und nimmt eine Position ein, die eher männlich konnotiert ist, die des Flaneurs. Zitat. Die Elektrik der Flanerie, einerseits der Mann, der sich von allem und allen angesehen fühlt, der Verdächtige schlechthin, andererseits der völlig unauffindbare Geborgene. Zitat Ende Walter Benjamin. Dieser zweite Gang führt sie in ein Café, in dem sie die Unauffindbare, die Geborgene wird, das Angesehenwerden fast vermisst, aber in der Gegenwart ankommt. Jetzt können wir die zweite sehen. Mir ging es ein bisschen darum, in diese verschiedenen Blickregime zu zeigen, in die Cleo sich befindet oder die sie auch kreiert. Sie legt in der Szene, in dieser Jukebox ein Stück auf, das sie selber gesungen hat, das immer wieder in dem Film auftaucht und es wird überhaupt nicht erkannt. Also es gibt auch eine Szene, in der, oder eine kleine Situation, in der ein Paar, das an dem Tisch sitzt, sagt, ah, diese Musik, wir können uns ja gar nicht unterhalten. Also es stört eigentlich und sie ist nicht die, der das darlädt, dass sie noch in der Hutszene am Ende war. Also das irgendwie eine bekannte Person mit einer glühenden Zukunft. Sie kommt, es kommt schließlich in einer Parks, in einer Parklandschaft zu einer Begegnung mit einem Soldaten, Antoine, der nach seinem, man nennt es wohl Heimaturlaub, am selben Abend wieder nach Algerien muss. Also Cleo trifft diesen Antoine im Park Montsouris. Es ist die Zeit der Dekolonisierung. 1960 wurden 14 Länder, die unter französischer Kolonialmacht standen, unabhängig. Senegal zum Beispiel, Kamerun. Aber der Algerienkrieg dauerte zur Drehzeit noch an. Auf der schon erwähnten Taxifahrt im ersten Teil des Films wird im Radio von 20 Toten und 60 Verletzten bei einem muslimischen Aufstand in der Nähe von Algier berichtet. Es ist der 21.06.1961, sagt die Radiosprecherin, 17.20 Uhr. Es ist eine tatsächliche Radioaufnahme, weil da hat sie aufgesammelt und Antoine, der Soldat, später sagt, es ist der 21.06. es ist der längste Tag des Jahres. Zwei mögliche Tode stehen am Ende. Das, das Cleos, das mit Cleos Krankheit zu tun haben könnte und das mit Antoans, ja, Rückkehr in den Krieg zu tun haben könnte. Dass der Film am Ende dennoch mit einem Moment des Glücks schließt. Es geht darum, dass man jetzt wieder Zeit hat, dass die Gegenwart eine Bedeutung bekommen hat, die sie im Leben Chloes vorher nicht hatte. Also, dass der Film dennoch, Sie werden es sehen, mit einem Moment des Glücks schließt, habe ich persönlich nicht verstanden oder vielleicht will ich es auch nicht verstehen, will die Parallelisierung von Kolonialkrieg und Krebs nicht mitmachen. Umso weniger heute, weil es nicht nur eine diegetische Zeit und eine Projektionszeit gibt, sondern natürlich auch eine politische Zeit, die unsere Filmsichtung bedingt und diese verändert. Das ist eine sehr konkrete, das ist in sehr konkreter Weise geschehen, weil sich in der Vorbereitungsphase dieses Beitrags die Anschläge in Paris ereignet haben, die die Vorführungen von so ausgemachten Paris-Filmen, wie Cleo einer ist, unter ihren Eindruck stellen. Die Stadt spielt mit, sie spielt der Aufsammlerin zu und mit. Die eingestreuten Zeichen des Algerienkriegs, die auf eine umstrittene vergangene Gegenwart verweisen, eine Gegenwart, die noch andauert, kann man so verstehen, dass man da nicht einverstanden war, dass sie zumindest die koloniale Situation auch in Paris sieht und hört oder gesehen und gehört hat während der Aufnahmen, so wie wir heute die postkoloniale Situation sehen und sehen müssen. I am in Paris and passed near the scene of killing on the rue Beaumarchais on Friday evening, schreibt Judith Butler am 14.11.15. Also am 14.11. dieses Jahres im Blog Versubuck. I had dinner ten minutes from another target. Everyone I know is safe, but many people I do not know are dead or traumatized all morning. Wie kann man darüber nachdenken? One way to think about it may be to come up with the concept of transversal grief, to consider how the metrics of grievability work, why the cafe is a target as a target pulls at my heart in ways that other targets cannot. Es ist Agnès Vardas zweiter Spielfilm, aber der erste, der einen Verleih hatte und außerhalb sehr enger Freundeskreise gesehen wurde. Er lief in Cannes 1962. 1961, das war nach Abu du Souffle von Godard, das war nach Les Signes de Lyon von Romain, es war nach Paris nos appartient von Rivet, es war nach Les Quatre sans coups von Truffaut und mit allen vier Filmen wurde Cleo verglichen, zeitgenössisch und vor allem später retrospektiv. Die Rezeptionsgeschichte der Regisseurin Agnès Vardas hat verschiedene Phasen durchlaufen und auf gewisse Weise fängt die Rezeptionsgeschichte auch erst an, nicht zuletzt mit Veranstaltungen wie dieser. Dabei scheint es auch darum zu gehen, Vardas für die Geschichtsschreibung der Nouvelle Vague zu gewinnen, zu der sie biografisch als Ehefrau von Jacques Demy schon immer gehört hat, wobei man sich fragen kann, ob Jacques Demy überhaupt noch zur Nouvelle Vague gezählt wird. Und sie zählte auch dazu als alte Freundin und Bekannte von Godard und all den anderen. Cleo liefert der Film für die innere Verbundenheit einen Beweis. Godard und Anna Carina tauchen in einem Film im Film auf, in einer kleinen Stummfilmparodie, mit der natürlich sehr viel nahegelegt wird. In der Buchreihe The French Film Guides ist 2007 eine Monografie zu Cleo de Saint Cassette herausgekommen. Die Nouvelle Vague braucht eine Regisseurin. Man kann und will ihre Geschichte, die Geschichte der Nouvelle Vague, nicht länger als Jungsclub schreiben, der Frau nur vor der Kamera kannte. Und die Figur der Mutter oder der Großmutter der Nouvelle Vague, der Grande Dame der Nouvelle Vague, wie La Vardas lange genannt wurde, kann keinen gegenwärtigen Gender Ansprüchen mehr genügen. Valerie Oppen schreibt in ihrer Monografie, in dieser Reihe French Film Guides, schreibt sie Cleo und war da in die Filmgeschichte der Nouvelle Vague ein und schreibt Cleo ticks all the boxes. Die Strichliste der Nouvelle Vague geht so, ich zitiere, Cleo, der Film, it was made before 1963, which is often cited as the year of the beginning of the end of the new wave. It was low budget and amateurish, not slick and polished like tradition of quality films and consequently more free in its subject matter and style. It was an auteur film in the sense that it bore the director's control and stamp. It had recourse to little-known actors and some non-professionals. It referred to other new-wave films. It was shot on location in Paris. And last but not least, Cleo had that usefulness in energies so characteristic of new-wave films. Zitat Ende. Frieda Grafe, die Filmkritikerin, ist 1967 schon ganz anderer Meinung. Zitat, kein Film aus den Anfängen der Nouvelle Vague hat sich im Licht der späteren Filme seines Autos so verändert wie Cleo. Vardas Kino ist ein Autodidaktenkino, voller Barbarismen und schon deshalb grundverschieden vom Kino der Nouvelle Vague. Zitat Ende. Für Grafe Verstöße war dagegen gerade erst durchgesetzte filmische Werte. Sie habe, Zitat Grafe, alle Regeln und Konventionen, die in ihrem Metier üblich sind und nach denen man gewohnt ist, Filme mit Kunstanspruch zu beurteilen, negiert oder vielmehr einfach nicht zur Kenntnis genommen. Zitat Ende. Aber man muss sagen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, dass es Frieda Grafe nicht wirklich stört, dass es so ist. Denn sie schreibt, genau diese Eigenschaften machten schon das Besondere an Cleo aus. Man muss sich vielleicht viel mehr fragen, folgt man Frieda Grafe, was warum nicht gefällt, was wem nicht gefällt und was aus den impliziten Regeln ästhetischer Vorstellungen, vielleicht ästhetischer Normen herausfällt, sind womöglich, wäre die Frage, die Frieda Grafe stellt, die Riegeln falsch. Die Filme, in deren Licht Cleo schon bald anders aussah, gar nicht mehr so nach Nouvelle Vague, heißen Le Bonheur et Les Creatures. Der eine ist von 65, der andere von 66. Keiner von beiden, wenn ich es richtig gesehen habe, läuft in dieser Reihe. Oder stimmt das? Ne, keiner von beiden läuft in dieser Reihe. Les Creatures ist zeitgenössisch auf wirklich durchgängige Ablehnung gestoßen und zwar trotz Michel Piccoli und Catherine Deneuve, die in den Hauptrollen zu sehen waren. Er ist gewissermaßen vom Markt genommen worden. Man kann ihn bei YouTube noch sehen, aber sonst ist mir eigentlich kein Zugang bekannt. Während Cleo also eine Monografie erhält, scheiden sich an Le Bonheur und Les Creatures die Geister, vor allem die feministischen Geister und auch meiner. War das Filme in Zusammenhang feministischer Filmtheorie und Kritik zu behandeln, ist aufschlussreich, weil die Filme durchaus als Frauenfilme gemeint waren und sind. Man könnte zum Beispiel denken an den Film L'Une Chant, L'Autre Paar, die eine singt, die andere nicht, der hier gezeigt werden wird. Zugleich sind sie aber von der feministischen Filmkritik und Theorie sehr ambivalent aufgenommen worden. Erinnert sei auch daran, dass es die Kategorie feministischer Film zu Zeiten von Cleo noch gar nicht gab. Erst 1972 wurde in New York das erste Frauenfilmfestival gegründet, im gleichen Jahr in Kalifornien die Zeitschrift Women in Film und ein Jahr später hier in Frankfurt die nach wie vor existierende und sehr wichtige Zeitschrift Frauen und Film. 1972, 73. Natürlich reagieren solche Institutionsbildung und Diskursplattformen auf etwas, das bereits im Schwange ist, das im Gange ist. Der Diskurs um Frauen und Film ist gewissermaßen älter als die Zeitschriftengründung, in der er sich niederschlägt, in der er sich vertieft und verbreitet. 1968 zum Beispiel drehte Chantal Ackermann ihren ersten Film Sout Mal-Vie, was so viel heißt wie Sprenge meine Stadt, der sozusagen schon vom Titel her das Gegenstück ist zu einem Film von Rivet zum Beispiel Paris, Paris, Paris gehört uns, also der heißt hier Sprenge meine Stadt. Die Rede ist ohnehin hier von Brüssel bei Chantal Ackermann. Sout Mal-Vie ist eine 13-minütige Performance, in der eine junge Frau Ackermann selbst alltägliche Haushaltsverrichtungen durchführt, die ihr entgleiten. Langsam, allmählich stellt sie die Küche auf den Kopf und schließlich den Gashahn auf. Ohne Entourage, ohne Gouvernante, ohne Liebhaber, ohne Paris und ohne Perücke, 1968. Und das ist sicher ein Film, der einem Gegenkino, auf das die feministische Theorie und Kritik setzte, viel mehr zuarbeitete als Cleo. Ja, noch einen kleinen Clip würde ich jetzt gern zeigen, den nächsten, in dem diese doch ganz interessante Geschichte offenbar wird, dass 1993 Madonna ein Remake von Cleo zu drehen plante, mit sich in der Hauptrolle und mit nicht mehr Krebs, diese tödliche Diagnose, die den ganzen Film sozusagen motiviert ist, sondern Aids. Ja, soviel zur feministischen Rezeption 1993. Erst in den letzten Jahren scheint sich ein Konsens herausgebildet zu haben, der Cleo als einen feministischen Film avant la lettre versteht. Der Film wird als Transformationsprozess, vielleicht sogar als Emanzipationsprozess gelesen, der ausgeht von einem weiblichen Subjekt, das sich zur Schau stellt, also genau das erfüllt, was weiblicher Subjektivität zugeschrieben wird und im Verlauf des Films sich verändert, hin entwickelt zu einem weiblichen Subjekt, das selbst blickt und das selbst schaut. Dafür hatte ich diese beiden Szenen auch ausgewählt. Bezug genommen wird mit so einer These, womöglich mittlerweile relativ routiniert, auf Laura Malvys sehr einschlägigen Aufsatz von 1975, der heißt Visual Pleasure and Narrative Cinema. Malvé hat darin im Rekurs auf psychoanalytische Theorie das Kino als eine Apparatur ausgemacht, in der die männliche Position, die des Trägers des Blicks ist und die weibliche, die des Angeschautwerdens. Frauen werden, so Malvé 1975, Zitat, zugleich angeschaut und zur Schau gestellt. Ihre Erscheinung ist auf eine starke visuelle und erotische Ausstrahlung hin kodiert. Wir können sagen, sie, die Frau, bedeutet zum Anschauen sein. Zitat Ende. Film wiederholt diese Konstellation, indem die Kameraposition, so die Analyse der meisten Filme, indem die Kameraposition den männlichen Blick einnimmt und diese grundlegende geschlechtliche Ordnung sozusagen perpetuiert und zwar noch bevor überhaupt irgendeine Handlung begonnen hat. Also Malvys These ist, und die finde ich tatsächlich nach wie vor sehr wichtig und aufregend, dass schon in der Kamerakonstellation, in der Blickkonstellation selbst ein Genderregime wirksam ist, in dem die Kamera sozusagen immer auf die Frau gerichtet ist und eine männliche Position einnimmt. Das hat noch nichts mit der Geschichte selbst zu tun. Also Konsequenz ist es für Laura Malvi, dass Kunstkino und nur das Kunstkino, das Avantgarde-Kino, dass die Position der Kamera und somit das Gemachtsein des Films, die medialen Setzungen und impliziten Ideologien verhandeln, ins Bild setzen, konterkarieren, in sie intervenieren kann. Also Laura Malvi ist feministischer Film, immer Avantgarde-Film, muss er sein. Ein Aufsatz von Claire Johnston, der 1973 in einem sehr eng bedruckten, schon im Schriftbild drängenden und dringlichen rosa Heftchen erschienen ist, das sieht so aus, das ist wunderbar, das können Sie gerne gleich anschauen, Notes on Women's Cinema stellt klar, dass einzig, auch klar, dass einzig auf der ästhetischen Ebene das männliche, bürgerliche Kino zu unterlaufen ist, nicht über die Frage der Plots oder der Handlung der Stoffe. Wenn in diesen Texten der 1970er Jahre von den Filmen War Das die Rede ist, dann ohne die Thesen von den geschlechtlich kodierten Blickordnungen auf sie zu beziehen. Diese Thesen scheinen für Vardar nicht zuzutreffen, auf sie nicht anwendbar zu sein. Das geschieht sozusagen erst später, rückblickend. Die feministische Filmgeschichte beginnt entsprechend nicht mit Vardar, nicht mit Cleo, obgleich es wenige Regisseurinnen gibt, also Frauen hinter der Kamera, die vor Vardar zu nennen wären. Dorsey Asner zum Beispiel, die in Hollywood-Produktion aus den 30er Jahren, wäre eine Regisseurin, die zu nennen wäre. Genau, die auch tatsächlich öfter auftaucht als Agnes Vardar, obwohl Agnes Vardar für den modernen Film, für die Selbstreflexion des Kinos und für die Avantgarde im weitesten Sinne einsteht. Für Claire Johnson gelingt Dorsey Asner allerdings im Hollywood-System dennoch viel mehr eine Verschiebung konventionalisierter Weiblichkeitsdarstellung als Agnes Vardar im Autorenkino. Sie schreibt, Zitat, die Filme von Agnes Vardar, 1973, die Filme von Agnes Vardar sind ein ganz besonders gutes Beispiel für Arbeiten, die den bürgerlichen Mythos der Frau feiern und mit ihm die scheinbare Unschuld des Zeichens. Vardars Schilderung der weiblichen Fantasie stellt wahrscheinlich die äußerste Annäherung an die gefälligen, von Erwerbung perpetuierten Tagträume dar, die es im Film gibt. Ihre Filme scheinen völlig unbekümmert gegenüber den Mechanismen des Mythos. Es ist ja auch in der Tat der Zweck eines Mythos, einen unschuldigen Eindruck herzustellen, unter dem alles Natur gegeben wird. Ihre Ablehnung der Kultur und ihre Platzierung der Frau außerhalb eines historischen Kontextes markieren einen Rückschritt im Frauenfilm. Zitat Ende. Vielleicht bin ich etwas ungerecht, das hier zu zitieren, weil sich das nicht unbedingt nur auf Cleo bezieht, sondern auf einen anderen Film, Le Bonheur, den ich schon erwähnt habe von 1965, aus dem wir gleich noch im Ausschnitt sehen werden, an dem sehr großer Anstoß genommen worden ist, der ungefähr so beginnt. Es ist eine sehr große gelbe Sonnenblume im Bild zu sehen und eine Wiese im Hintergrund, auf der Vater, Mutter, Kind und noch ein Kind in roter Kleidung Hand in Hand ins Bild laufen. Eine Familie in der Natur beim Picknick. Sie, die Frau, ist Schneiderin, er ist Schreiner. Sie lieben ihren Beruf, ihre Kinder und sich selbst oder sich gegenseitig. Dann erscheint eine zweite Frau, auch sie sehr hübsch und weiblich und der Mann liebt auch sie, findet das unproblematisch, aber die Ehefrau Therese bringt sich um, geht ins Wasser, nicht unbedingt aus Kummer, vielleicht auch aus Glück. Das bleibt im Film offen. Die zweite Frau übernimmt das Leben der Ersten. Mir fällt tatsächlich nicht ein, wie sich der Film anders zusammenfassen ließe. Es sind immer wieder Tode in Vardas-Filme, die die Narration in Gang bringen, die sie veranlassen oder abschließen, wie im Märchen. Der deutsche Titel des Films Le Bonheur konnte nicht zu stehen bleiben. Es konnte nicht stehen bleiben, dass hier einfach von Glück die Rede ist. Der deutsche Verleih betitelte ihn Glück aus dem Blickwinkel des Mannes. So, jetzt würde ich gerne den nächsten Filmausschnitt sehen. Der ist filmisch tatsächlich nicht uninteressant. Why does every film buff man I know hate, really hate Le Bonheur? Fragt Barbara Martino im selben Jahr, 1973. Und weiter, Le Bonheur is a savage film. We have moved to a male order catalog of visions of bliss, Christ. An exploration of relationships between men and women, a situation free from sexism, capitalism, exploitation of any kind. The women like to cook, clean, sue, nurse and earn a living. The men enjoy his work and his women, they all enjoy nature. So die ironische Zusammenfassung von Barbara Martino. Aber Barbara Martino ist unentschlossen, versucht den Film zu retten. Sie überlegt, dass doch zumindest hier, wie fast in keinem Film sonst, die Fantasien von Frauen, und seien sie noch so brav, seien sie noch so konventionell, dass diese Fantasien in diesem Film zu ihrem Recht kommen, dass sie Gültigkeiten beanspruchen, dass sie nicht psychologisiert, nicht verworfen, nicht verurteilt werden, dass sie vielmehr einen ästhetischen Raum bekommen. Das erscheint mir ja tatsächlich ein entscheidender Aspekt und eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, aber durchaus auch nach wie vor wichtig finde. Um welche Ästhetik geht es hier eigentlich? Kann es sein, dass Erwartungen zu lange, wie Frieder Grafe schreibt, über maskuline Kunstnormen gelaufen sind, als dass ich Vergnügen finden könnte an Kunst, in der nicht bestimmte Formen wiederkehrten? Zitat Ende. Auch Frieder Grafe sieht in dem ästhetischen Überschuss, in der Ungereimtheit, vielleicht Geschmacklosigkeit, dem grob montierten, in der artifiziellen Einfachheit, ein Umschlag in etwas Neues, dadurch, dass sie, Zitat, also das war da, Zitat, vorhandenes unkonventionell programmiert wiederholt. Das ist ein Versuch von Frieder Grafe und Martino, diese späteren Filme letztlich auch Cleo zu retten und sie eben nicht als affirmative Frauenfilme zu sehen, also die bestimmtes konventionelles Bild von Weiblichkeit eigentlich unterstreichen und perpetuieren, sondern in diesem Überschuss vielleicht etwas anderes zu sehen, ein Aufschein einer Ästhetik, die schwer zu schätzen ist. Sie beziehen sich dabei beide auf Susan Sontag's Aufsatz über Camp, der 1964 herausgekommen ist und der deswegen den Hintergrund bildet, weil der sehr bekannte Aufsatz über Camp ein Versuch der Öffnung ästhetischer Vorstellungen darstellt. 1969 sitzen Susan Sontag und Agnes Vardar zusammen in einem Studiogespräch. Das ist das Letzte, was ich zeigen möchte hier und man sieht darin, wie schwierig Feminismus war, immer noch ist, 1969 noch schwieriger war, zumal wenn man sich nicht, wie beide nicht, weder Sontag noch Vardar als ausgesprochene Feministin verstand und man sieht auch, wie verschieden die ästhetischen Vorstellungen sind, zumindest über männliche Frisuren. Bitte. Der vorletzte Klick. Vielen Dank. Das war mein Vortrag. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Einblicke, Katrin Peters. Ich war vorhin sogar so überschwänglich, ich habe gesagt, das ist mit deutschen Untertiteln gleich, es ist mit englischen, Le Mepri ist mit deutschen. Bevor es damit gleich losgeht, haben wir jetzt noch eine kurze Umbaupause. Sie können noch ein Getränk im Filmkaffee nehmen und dann durch den Gong signalisieren wir, dass es weitergeht. Bis gleich. Ja, das war Cleo de Saint-Cassette und der Applaus ist natürlich wert und begrüßen Sie nochmal Katrin Peters und Vincent Sediger hier vorne zum Gespräch. Applaus Könnt ruhig anfangen. Okay. Ja, erst mal vielen Dank nochmal für den wunderbaren Vortrag und für die vielen Impulse und Perspektivierungen, die du uns da gegeben hast. Lass uns gleich beim Ende anfangen und bei dieser, wie du es formuliert hast, Analogisierung von Krebs und Krieg. Tod. Oder Tod, also die beiden Tode. Das ist ja in der Tat bei Wachada ein durchgängiges Moment. Es gibt sogar einen Film, wo sie auf dem Umweg über Shirley Clark, Lions Love, das ist ein Film, den wir im Sommersemester noch sehen werden, auch ihren eigenen Tod zu, oder einen Selbstmord zu inszenieren versucht. Das ist irgendwie ein großes Thema, aber ich will noch anfangen bei dem Satz, dass das jetzt für dich nicht überzeugend war. Das Ende. Kannst du das nochmal ausführen? Ja, da regt sich Widerstand bei mir, weil ich das einerseits einfach ein pathetisches Ende finde, also auch ein Ende, was ich finde, der ganzen Figurenauslegung nicht gerecht wird. Aber man müsste wirklich sagen, im Nachhinein ein typisches war da Ende, etwas, was öfter, oder ein Topos-Motiv, das öfter auftaucht, um eine Geschichte zu beenden, um sie vielleicht anzufangen, um eine gewisse Tiefe zu verleihen. Und hier hat mich jetzt besonders irritiert, diese Parallelisierung von zwei möglichen Toden. Es sind ja nur potenzielle Tode, die aber natürlich aus völlig anderen Konstellationen herausrühren würden. Das eine ist ein politischer Tod, das andere ist ein kontingenter fast. Also wenn es einer wäre dann überhaupt. Wir können übrigens fast Fragen aus dem Publikum sehen, natürlich die Diskussion zu weich öffnen. Ja, da hinten gibt es schon gleich eine Frage. Ja, also ich hätte jetzt vielmehr eine Frage zu einem Film, den Sie erwähnt haben, und zwar Le Kreateur war das, glaube ich. Le Bonheur? Nee, der andere, also Kreateur. Ach, Kreateur, ja. Und zwar, um was geht es da ungefähr und was war daran so provokativ, sage ich mal? Also es geht um eine Paargeschichte in dem Film und auch um eine Betrugsgeschichte, eine Frau, die nicht mehr spricht, die sehr kurios alles, die gehen aufs Land, erproben das einfache Leben, dieses Paar. Die Frau ist gleichzeitig schwanger und es gibt immer den Verdachtsmoment, dass er sie betrogen hat, und dann kommt das Kind zur Welt und sie spricht wieder, sie hat die ganze Zeit nicht gesprochen. Also sehr aufgeladener Film und der Plot ist insgesamt sehr aufgeladen und die Kritik war eigentlich genau in die Richtung, dass das überfrachtet wäre, die Geschichte überfrachtet wäre, dass sie nicht nachvollziehbar wäre, dass sie völlig artifiziell wäre und dann sowohl unter den Kollegen der Nouvelle Vague durchgefallen ist, als auch im größeren Kino, also wenn es um Vertrieb geht und so weiter. Also auch da wurde ja kaum gezeigt. Warum das so ist, das ist ja eine Frage, die ich tatsächlich nicht so ganz genau beantworte. Also ich finde den auch kurios, aber warum Filme durchfallen und wie wir sie nochmal neu anschauen könnten, das wäre genau eine Frage, die ich auch stellen würde, aber die ich jetzt gerade nicht beantworten kann. Wissen Sie, ob es mal ein anderes Ende zu dem Film gab? Nee, meines Erachtens gab es kein anderes Ende. Hat es noch ein anderes Ende gehabt? Nein, also, nein, nein. Also, ja, haben Sie sich anders vorgestellt, nämlich? Schauriger. Schauriger sogar. Wissen Sie nicht so. Achso. Nee, also meines Erachtens gab es kein anderes Ende. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben. Ich habe es jetzt bemerkt, weil ich einfach die Geschichte dazu kenne. Das kann man in diesen ganzen Dreingaben auf der DVD danach lesen oder nachschauen. Man sieht ganz am Ende des Films die Schienen für die Kamera zwischen dem Paar auftauchen. Und Agnes war da, hat das nachgedreht. Das kann doch nicht sein. Jetzt sieht man dann diese Schienen. Das ist ja furchtbar. Aber die hat es nachgedreht, musste unheimlichen Aufwand betreiben. Das ist natürlich ein Film, der mit wenig Geld und sehr kurzer Zeit gedreht worden ist. Und diese letzte Sequenz hat dann eigentlich nochmal sehr viel Zeit und Geld gekostet. Sie hat es aber dann am Ende nicht reingenommen, weil es nicht mehr funktioniert hat, nicht mehr passte. Und das ist ja in der, was ich versucht habe zu erklären, der Logik Ihres Filmemachens auch einleuchtend, dass es wirklich um den Moment geht. Also um das, was sich in dem Moment des Drehens ereignet. Man kann eine Szene nicht einfach nachdrehen. Aber die war von Anfang an so angelegt, dass die beiden da langgehen, sich irgendwie einig sind, dass man auch nicht weiß, es wird eine beginnende Liebesbeziehung, es ist einfach nur eine Seelenverwandtschaft, ist es sozusagen diese Einigkeit über diese gemeinsame Furcht, die sie haben. Dass sie dann aber in dem Moment erlöst sind, das war so angelegt, ja. Meines Wissens. Ich möchte noch mal auf einige Kernpunkte deines Vortrags eingehen. Einerseits die Positionierung von Varda im Verhältnis zur Nouvelle Vague, sagen wir es mal so. Wir haben bei der Beschreibung dieser Reihe und bei ihrer Bewerbung mit Bedacht darauf verzichtet, sie die Mutter oder Grossmutter oder Schwester oder was auch immer der Nouvelle Vague zu nennen. Und haben sie eigentlich auch nur, ja, mit Vorbehalten relativ oder in Beziehung gesetzt zur Nouvelle Vague. Und es ist ja auch so, wenn man sich La Pointe Courte anschaut, und das werden wir im Sommersemester dann auch noch tun, stellt man ja fest, dass eine ganze Menge von dem Zeug, was dann die Jungs erst fünf, sechs Jahre später tun, da eigentlich schon realisiert ist. Im Grunde ist auch das ganze Formenrepertoire von Alain Hainé schon in dem Film drin. Und zugleich ist das ja auch ein Film, über den sie immer so gesprochen hat, dass sie versucht hat, zwischen sich und die Kultur, aus der die ganzen Regisseure der Nouvelle Vague rauskommen, einen Abstand zu setzen. Sie hat da behauptet, was niemand glaubt, dass sie nur drei Filme gesehen hätte, bevor sie selbst diesen Film gemacht hat. Aber das ist natürlich eine Positionierung. Also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt in deinem Vortrag auch, dass du das problematisierst. Und der andere wichtige Punkt, und das ist ja eigentlich das Hauptargument, ist, dass Warda uns immer noch was zu denken aufgibt, insofern sie in den, nennen wir es mal so, den Genealogien eines feministischen Kinos nach wie vor keinen gesicherten Platz hat und ihn auf jeden Fall nicht hatte in den frühen 70er Jahren. Also die ganze, das ist ja hauptsächlich auch eine angelsächsische und deutsche Theoriebildung, wusste nicht so recht, wo man mit der jetzt hin soll. Wir haben in der Pause kurz darüber gesprochen, dass es in gewisser Weise eine ähnliche Perplexität gibt von Theoretikern wie Malcolm Legris, also den Vertreter des strukturellen Films, gegenüber Godard, der zwar Brechtianer sein soll, aber dann doch nicht politisch genug ist und eben eigentlich das falsche politische Kino darstellt, und dem man eben auch Unzuverlässigkeit und Oberflächlichkeit, Harmlosigkeit in politischen Dingen vorwirft. Und in gewisser Weise wiederholen sich oder findet man ähnliche Argumente in den Texten, die du auch zitiert hast. Also es ist irgendwie, es stellt ein Problem dar. Ja, ich habe ja überhaupt nichts dagegen oder nur etwas dafür, dass man Agnes Warda einen Platz in der Filmgeschichte einräumt. Und das ist überhaupt keine Frage. Und das ist tatsächlich nicht in dem Maße geschehen, wie es sein müsste. Und dass man sich die Filme nochmal anschaut und ihre tatsächliche Eigenwilligkeit auch anschaut. Und deswegen finde ich es vielleicht etwas verkürzt oder denke auch, dass es eher aus der Nouvelle-Wa-Geschichtsschreibung dann von Interesse, dass man sagt, da muss jetzt auch nochmal eine Frau rein und dann gibt es doch die Agnes Warda, die hat diese frühen Filme gemacht und so weiter. Das, denke ich, nimmt ihr eigentlich was, weil es doch sehr eigenwillig ist und sehr schief auch steht in allen möglichen Kontexten. Und deswegen finde ich das jetzt vielleicht weniger produktiv, sie dort einzureihen und ihr so eine epochale Position zu geben, als dass man sich vielleicht gerade die etwas ungeliebten Filme, diese schrägen oder vielleicht sogar queeren Filme auf eine ganz merkwürdige Art, dass man die nochmal anschaut und die zur Geltung bringt. Und nicht zu sagen, ja, Cleo, es ist ja nun wirklich ein wunderschöner Film, gar keine Frage. Sagt, das ist jetzt nun der beste aller Nouvelle-Waque-Filme und damit ist die Sache auch vorbei. Das fände ich jetzt nicht so interessant. Also ich meine, eine Strategie, die dann gewählt wurde in der Geschichtsschreibung, ist einfach zu unterscheiden zwischen Riff-Gosch und Riff-Troat und links vom Seenhofer, also man macht das ganz provinziell auf die Geografie der Stadt Paris bezogen. Links vom Seenhofer sind Demi-René-Marquer-Vardat und rechts vom Seenhofer die ganze Cahier-Truppe. Aber man kann sie auch noch anders einordnen. Saint-Touane-Nilloire, der Film, über den du auch gesprochen hast, 1985, ist Nathalie Sarraud gewidmet, der Schriftstellerin, die ihrerseits dann auch wieder dem Nouveau-Roman zugerechnet wird, ohne dass sie selbst da einen Mitgliedsantrag gestellt hätte. Und in den Zusammenhang gehört auch Marguerite Duras, die ja natürlich dann durch eine bestimmte feministische Lesart appropriiert wurden, wenn man so will, Sarraud weniger. Aber da gibt es ja nochmal einen anderen Zusammenhang, würde ich auch sagen. Also ich habe beim Anfang dieses Films wieder gedacht, die Sache mit dem Tarot, also den Tarot-Karten, die in Farbe gezeigt werden, wo ja eigentlich der ganze Plot des Films vorausgenommen wird. Das ist gewissermaßen eine Spielanordnung und dann wird das eingelöst. Und wir haben an einem früheren Punkt in dieser Reihe schon über Hermon-Kino und Ulippo gesprochen, also diese spielerische, anti-Bedeutungstiefe Literatur der 50er-Jahre, wo eben das gesellschaftliche über Spielanordnungen eigentlich eher dargestellt wird, als im Modus des realistischen Romans oder der klassischen Gesellschaftskritik und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Feldern, wo man auch noch einordnen kann. Das wäre vielleicht auch produktiver. Also zu der Reihe Sarot-Dura war da, also ich weiß ja gar nicht so viel drüber, aber das wäre wirklich interessant, sich das nochmal anzugucken. Und jetzt diese zweite Frage oder wo du dann hingekommen bist in deiner Frage, ja ich habe das dann irgendwann für mich als märchenhaft auch bezeichnet. Man macht so eine gewisse Anlage und eigentlich ist ja auch diese Kartenlegerin mit ihren Voraussagen auch in keiner Weise weniger präzise als der Arzt. Also beides bleibt so mirakulös, beides bleibt zwischen Drohung und vielleicht auch ein Versprechen, es ist ja gar nicht so schlimm, aber aus welcher Position sprechen die eigentlich, die wissen es ja beide nicht, muss man eigentlich sagen. Also das kann ich gar nicht auflösen, aber es geht, also Wahrheit oder Evidenz ist jedenfalls keine Kategorie, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Was ist eigentlich eine Rahmung innerhalb dessen und so, deswegen stört mich das Ende am Ende sozusagen auch nicht mehr so sehr, weil es geht ja um alles, was dazwischen ist. Davon handelt der Film. Der Rest ist eine Rahmung, um zu versuchen, Geschichte in Gang zu bringen, zu übersetzen, zu beschleunigen und auch zu beenden. Also ich meine, sehr knapp reduziert könnte man sagen, das ist ein Film über Schönheit und Aberglaube. Geht immer wieder, sie sagt ja auch immer, sie ist superstisiös und man darf den Hut um den Sack. Ja, sie ist so capriciös, darum geht es immer, sie ist capriciös und sie ist gatte, also verwöhnt, capriciös, launisch, sie ist ein Kind, geht ja auch immer wieder darum, abergläubisch. Ja, sie ist, aber gut, das ist natürlich die feministische Maskeradetheorie, also eine Frau ist immer irgendwie eine Puppe, das ist also, insofern ist das auch kein Gegensatz, wenn man das jetzt auch feministisch herauszieht. Aber es ist ja, also ich meine, du hast das sehr schön herausgearbeitet, ein Punkt noch, wo genau in der Mitte wechselt sie das Kleid und zieht die Perücke raus. Was genau in der Mitte hast du drauf geachtet? Ich habe den neuen genau in der Mitte. Ich hatte auch vergessen, tatsächlich zu sagen, diese ganz schematische Anlage des Films, die ist eigentlich ein Kompromiss gewesen. Agnes Vardar hatte einen Film vor, der noch viel, viel schematischer angelegt gewesen wäre, nämlich die Geschichte eines Mannes zu erzählen mit fünf verschiedenen Schauspielern, die jeweils fünf verschiedene Altersstufen des Mannes darstellen und das war aber den Prozenten zu stilisiert. Das hat dann Todd Haynes mit Bob Dylan gemacht. Ja, stimmt. Ja, ich wollte nochmal auf die Tarotkarten zurückkommen, weil im Prinzip mit dieser Vorgabe hat man ja gar keine eindeutige Prophezeiung, die am Ende irgendwie eingelöst wird. Das ist ja noch relativ ähnlich zu diesen Gruppierungen, die du gerade skizziert hast. Es geht ja um eine bestimmte Bildpolitik, wo es um Konstellationen geht und die werden dann neu gemischt, neu durchgespielt und da ist es ja so, dass das auch ungemeine Chancen einfach für Kommentierungspraxis aufwirft. Also ich fand, um jetzt nochmal auf deinen Vortrag zurückzukommen, ich fand den Vortrag so stark einfach in der Art und Weise, wie du verschiedene Bildpotenziale selber durchgespielt hast, Konstellationen aufgebaut hast, stehen gelassen hast, wieder abgebrochen hast. Mich interessiert auch die Nouvelle-Vac-Geschichte gar nicht so sehr, sondern mich interessiert viel mehr, wie du jetzt rein aufgebaut hast und mich würde mal interessieren, ob dann zum Beispiel, ob man das nicht jetzt von von dieser Prophezeiung am Anfang, die gar keine sind, sondern die einfach nur ein ganz formales Bildprinzip ist, was nochmal durchgespielt ist, ob das auch so etwas wie ein Potenzial einfach für Kommentierungspraxis für dich ermöglicht hat. Ja, das würde ja dann, das ist auf jeden Fall ein toller Hinweis, weil das wird ja in dem kleinen Stummfilm auch wieder aufgegriffen, das wäre ja eigentlich das Pendant dazu, durch die schwarze Brille sehen und dann sehen alle anders aus und plötzlich ist jemand tot, der gar nicht tot ist oder so. Also das wäre ja eigentlich ein Äquivalent dazu. Ich meine, aus einer narratologischen Perspektive ist natürlich dieser Anfang schon sehr wichtig, weil es überhaupt die Veränderung in der Person motiviert. Also man braucht die schon, sonst gäbe es ja keine Transformation in der Figur. Dass die von Vardar womöglich wahnsinnig ironisch angelegt ist. Absolut, das ist mir die liebste aller Lesarten, dass man das eben aus diesem Existenziellen herausnimmt und sagt, das ist eine Auslegungsfrage, eine Deutungsfrage. Ja, bitte. Also ich hatte mich nun die ganze Zeit gewundert, also es ist ja im deutschen Untertitel des Filmes, Mittwoch zwischen fünf bis sieben und hier war es ja an einem Dienstag oder lag das an einem Untertitel im Film. Ehrlich gesagt, ich habe da was so gelesen, ich habe mich jetzt auch gefragt, ich weiß es nicht mehr, warum man es im deutschen Mittwoch genannt hat. Also es ist mir jetzt tatsächlich nicht mehr präsent. Im Original wird es ja auch bestraut und in Untertiteln kriegt sie Chemotherapie am Schluss. Genau, dabei ist es gar nicht, sie hat nur eine radiologische Behandlung. Also man darf einfach die Willkür der Übersetzer im Kino nicht unterschätzen. Ich würde gerne versuchen, einen Punkt hinzuweisen, der mir wichtig vorkommt, dass war da wohl abseits von der Ironie vom Anfang möglicherweise doch sehr interessiert daran war, so eine Art Gegensatz aufzubauen zwischen dem, was man nennen könnte das Volk und einem weiblichen Individuum. Der Film hat ja vier Teile im Prinzip, also abgesehen von diesem Vorteil mit den Karten beginnt er dann diese ganz lange Außenszene im Außenraum, das Volk und eben dieses kapriziöse weibliche Individuum. Dann kommt dieser Intimraum, der Privatraum, wo dann alles bricht und dann kommt wieder sozusagen das Volk, das Kaffeehaus und aber eine andere Frau, nicht mehr die Kapriziöse, sondern die, die sozusagen zurückschaut. Es gibt Point of Views, es gibt eine andere Art von Widerständigkeit, sozusagen der Frau angesichts eines Umfeldes, einer Umwelt und dann kommt wieder ein Nachspiel, sozusagen, wäre für mich ein Nachspiel dann mit der Begegnung mit dem Mann. Das heißt, diese unglaublich aufwändigen Szenen mit den unterschiedlichsten Blicken, den Spiegeln, die immer wieder den Einzelnen in einer Masse sozusagen verorten und dieses Zurückspiegeln auch sozusagen, das Anderen in einem selber, scheint mir eigentlich war da das wichtigste Motiv zu sein, auch was die ästhetische Form betrifft. Das heißt, dass es immer auch schon um unterschiedliche Bildtypen geht und Blicktypen geht, eben auch Bildpolitiken geht und dass das Volk mehr oder weniger eigentlich der Gegenpart ist. Meinst du mit Volk jetzt? Naja, damit meine ich einfach diese, dass wir sagen, in diesem kuriosen Interview ja zu hören war, wo Sonntag und eben war da darauf verweisen, dass es ja um diese einfachen Menschen geht, die man sonst nirgendwo sieht, ja, außer in dieser Art von Kino, wo genau der, jedermann, jede Frau sozusagen herumlaufen, auf der Straße, im Bistro und so weiter. Das heißt, das Anonyme oder der Durchschnittsmensch sozusagen da ins Bild kommt, das würde ich jetzt als Volk bezeichnen, ja, als das, was keinen Namen hat, was keinen Eigennamen zumindest hat und einfach da ist, aber auch nicht nur Protagonisten sind, also im Sinne von, das ist der Fasch bilden, Kulisse bilden sozusagen. Mir kommt vorher wieder eine Kraft ausgespielt von diesen Anonymen und das wird auch über diese Bildpolitik sehr stark gemacht und dann im dritten Teil, wo das Volk wieder da ist sozusagen, gibt es aber eigentümische Allianzen zwischen ihr und diesem Volk. Ja, wäre so ein Versuch, eine Deutung von mir. Mit dem Begriff Volk, das tue ich mich jetzt sehr schwer, also auch mit dieser Idee, das sind die einfachen Leute und sie ist jetzt dann doch ein herausgehobenes Individuum, weil es geht ja gerade in der Café-Szene darum, dass sie ihren Status als die, die angeschaut wird und die, die die besondere ist, verliert. Und ob die anderen jetzt einfach sind, würde ich jetzt nicht wagen zu beurteilen. Das sah mir jetzt auch gar nicht unbedingt so aus. Es gab ja auch sehr viele Personen, die da ins relativ komplizierte Dialoge verwickelt war. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass, ich weiß nicht, diese Konstellation, glaube ich, nicht so sehen würde, stimme ich dir natürlich völlig zu, dass es die ganze Zeit darum geht, wie sie sich verhält in Blickrelationen. Und deswegen ist der erste Teil ja auch viel hermetischer. Was heißt deswegen? Also umgekehrt. Also der erste Teil ist hermetischer. Es gibt das Taxi und so einen abgeschlossenen Raum. Es gibt den Hutladen, der auch einen abgeschlossenen Raum ist, wo die drei um sich, auch die drei Frauen um sich kreisen mit der Verkäuferin, die ja auch ein bisschen so diese Kartenlegerin-Figur wieder aufgreift, die auch irgendwas sieht in ihr. Und in dem zweiten Teil, nach dieser Szene bei ihr Zuhause oder dieser Sequenz, ist sie ja, dann öffnet sich das. Dann gibt es diese Point-of-View-Shots, dann gibt es ein Gegenüber, dann gibt es Blicke, die sich beantworten und nicht nur selbstreferenziell sind. Das ist absolut die Dramaturgie des Films. Genau. Und das führt dann auch zu einer Begegnung, die eben für mich jetzt so ein bisschen pathetisch erzählt wird. Dass so eine Art als authentische, wahrhaftige Begegnung mit diesen Soldaten erzählt wird. Aber in der Logik des Films ist das ja eigentlich sehr plausibel, dass dann eine Begegnung stattfindet, die die erste wirkliche Begegnung ist. Im Sinne eines Austauschs, dass es ein Gegenüber gibt und dass auch ausgesprochen werden kann, dass sie krank ist. Das konnte ja vorher nicht ausgesprochen werden. Also nur sozusagen als wehleiden. Erina? Ja, ich wollte noch einfach nur so sagen, was mir aufgefallen ist, was ich ganz interessant fand auf der Sound-Ebene, den Gegensatz zwischen, wie war da mit den Songs, mit der Musik gearbeitet hat, die zwar durchaus auch zwischen innerdiagetisch oder unterlegter Musik oder so wechseln, aber dann die Dialoge, die du eben auch schon angesprochen hast, wenn sie, also insbesondere im zweiten Teil, wenn man die Leute sozusagen mehr hört oder sowas, finde ich, dass die das Raumverständnis oder die Räumlichkeit irgendwie in der Hinsicht irritieren. Während die Songs, wie soll ich sagen, eher klar lokalisiert, ich sage jetzt mal vorne, von vorne kommen oder so, sind dann diese Dialoge, wo man so manchmal das Gefühl hat, oder sie dreht sich ja auch die ganze Zeit irgendwie um. Meinst du jetzt zum Beispiel im Café? Im Café vor allen Dingen. Also da finde ich, dass diese, die Sound eben, und man, das ist ja auch nachsynchronisiert, und auf der einen Seite, also ist das, hört man, das ist auch sehr deutlich, weil es so diesen Unterschied zwischen Geräuschen und Dialogen gibt, aber nichtsdestotrotz hat das den Effekt, finde ich, dass man eine Raumirritation hat, selbst wenn man guckt so. Wenn ich das bei den Songs so zum Beispiel nicht hatte. Du meinst, die Songs jetzt in der, die in der Wohnung geprobt werden? In der Wohnung geprobt werden, oder auch, wenn sie, sie schmeißt doch irgendwann die Jukebox auch an, oder? Ja, ja, das ist ein Café. Und der Song bleibt ja drunter, der bleibt ja sozusagen, geht ja nahtlos über in unterlegte Musik. Also wie das jetzt genau gemacht ist, das weiß ich natürlich alles überhaupt nicht. Aber genau an dem Punkt gibt es dann nicht eine Irritation oder sowas, sondern das funktioniert irgendwie gleich. Aber bei den Dialogen hatte ich das Gefühl, das ist so, man ist so, vielleicht wie Sie in dem Augenblick, aber ist in der räumlichen Wahrnehmung irritiert so ein bisschen oder immer hin und her geworfen. Ja, das ist eine gute Beobachtung. Und das ist sie ja, ist sie ja eindeutig. Das ist ja auch eigentlich der Moment, wo sie beginnt, ja, ihre Position zu wechseln. Das ist ja ihr Stück, was sie einlegt. Das hat sie gesungen und das ist so ein kleiner Hit, aber keiner reagiert da drauf in dem Café. Alle finden das eigentlich eher störend und keiner erkennt sie. Das ist ja die große Frustration, die sie da erfährt. Man erkennt sie gar nicht. Sie zieht extra schon diese Brille auf, damit sie nicht so vielen Blicken begegnen muss, aber es guckt sie gar keiner an. Also das ist ja so der Umbruch eigentlich. Und sofern passt deine Beobachtung da ja absolut dazu. Das ist auch auf der auditiven Ebene so eine Verschiebung. Sie trägt ja natürlich auch die Perücke nicht mehr. Nee, sie hat sie ja ab, genau. Sie sagt ja, beim Ausziehen der Perücke sagt sie, ich würde mir gerne den ganzen Kopf abreißen können. Ja, das stimmt. Aber das ist, also ich meine, das scheint mir eine wichtige Beobachtung zu sein. Rein technisch gesprochen kann man sagen, die Tonspur ist uns aber gemischt oder sie ist zum Beispiel zumindest unrealistisch nachvertont, weil es keinen Raumklang und keine Rahmenperspektive gibt. Aber es gibt eine semantische Perspektive. Man hört das, was wichtig zu hören ist. Die Sätze, die da gesagt werden, sind für die Story wichtig. Und es ist auch eine interessante Entscheidung, sich da von der Straßenrealismusästhetik in dieser Hinsicht dann doch deutlich zu verabschieden. Wäre vielleicht so ein Moment, wo Frida Grafe sagen würde, Mann ist das schlecht gemacht. Ich glaube, das finden Sie ganz gut. Gerade in der Hinsicht finde ich es auch spannend, weil Jacques Demy hat ein Jahr vorher Lola gemacht mit Anouk Mb. und in einem ganz ähnlichen Stil und sogar ganz ähnlichen Thematiken. Auch da ist die Anouk Mb. eine Sängerin eben auch. Und also weiß man da ein bisschen was darüber, über diese Konstellation zu der Zeit? Hat man versucht, sich da auch irgendwie thematisch zu positionieren, indem man gemeinsam, sagen wir mal, ähnliche Filme macht? Oder da würde mich einfach mal Hintergründe interessieren. Also biografisch weiß ich nicht, dass es die Phase war, wo sie sich kennengelernt haben und dass die Corinne Marchand ja auch bei Lola gespielt hat. Also es gibt auch noch andere Schauspieler, die dann übernommen worden sind von ihr. Also die, die Agnes Vardar dann für Cleo de Saint-Cassette gecastet hat. Und auch diese Art, den Film wirklich chronologisch zu drehen, das ich wirklich auch ziemlich interessant finde. Also eine Szene nach der anderen und dann ja auch zeitlich versetzt an den Tagen, damit das Licht immer stimmt und die Uhrzeiten immer stimmen. Das ist wohl was, aber ich bin, wie gesagt, keine Spezialistin, aber was Jacques Demi auch immer getan hat. Also die Filme chronologisch abzudrehen. In dem Zusammenhang schon mal noch der Hinweis, dass wir im Januar drei Filme von Demi auch zeigen in unserem Begleitprogramm. Unter anderem Lola. Hallo, ich hatte auch eine Frage wegen des Tons, aber nämlich in Bezug auf Radio und diese politischen Nachrichten über Algier. und es gibt diese eine Szene und ich habe mich wirklich gefragt, was da abspielt, wo wir im Taxi sind und diesen Pkw. Und vielleicht haben Sie das schon erwähnt im Vortrag, ich habe das nicht gehört, aber dass es so lang war und dass diese Nachricht zieht nicht lang ist, aber dann haben wir keine Perspektive auf die Straße oder auf die Leute, die da sind. Ich meine die Nachricht im Radio über diese Aufstände und die Toten. Genau, genau. Und da haben wir diesen Pkw und ich habe mich gefragt, okay, wie funktioniert das oder wieso ist das dann da? Wozu dient das? Und ich habe gedacht, vielleicht wenn es nicht da wäre, dann können wir vergleichen, was wir hören, was da passiert im Vergleich mit dem, was wir auf der Straße oder sowas sehen. Und dann haben wir diesen Kontrast nicht. Also dann dachte ich mir, okay, vielleicht... Sie meinen, sie macht eigentlich gar nichts damit. Also das bleibt so stehen und danach kommt, also davor kommt die Nachricht über das Whisky-Shampoo und danach kommt was über Edith Piaf und dazwischen ist eben das. Oder das ist halt, dass wir halt blockiert sind mit unserer Sicht und trotzdem haben wir immer noch diese Perspektiven auf der Seite, wo wir ein bisschen sehen können und den Spiegel im Auto, wo wir eigentlich zurückblicken können, aber das können wir nicht, weil wir das Gesicht von der Frau, die fährt, sehen. Also dann habe ich mich gefragt, okay, wie wird Radio hier filmisch dargestellt oder diese politische Nachricht? Okay, jetzt geht es Ihnen jetzt mehr um die Frage, wie der Algerienkrieg dargestellt wird oder das Radio als Medium? Ja, ich habe mich gefragt, wieso haben wir keinen Blick hier? Hat das eher mit dem Medium zu tun oder hat das eher mit der politischen Nachricht zu tun? Hat das eher mit der Zustand? Gute Frage. Ja, also ich würde mich jetzt... Der Protagonisten zu tun? Das ist eine gute Frage, kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ich würde mich, glaube ich, rausreden damit, dass das auch einfach sehr zufällige Konstellationen sind. Was kommt im Radio, wo ist gerade die Kamera, dass das jetzt gar nicht unbedingt so ganz genau austariert ist. Also ich hatte ja versucht, darauf hinzuweisen, dass die Filme doch eher in so einer, also mit dieser Idee des Aufsammelns gemacht worden sind. Genauso würde ich auch diesen Froschschlucker und so weiter verstehen oder das Kind, das da in diesem Sarg, diese Schneewittchen-Szene da lang getragen wird. Also in der... Das ist ja ein Brutkasten. Also das sind schon Zufälle. Oder was heißt Zufälle? Das sind Sachen, die sich ereignen, Dinge, die sie vorfindet. Und es bleibt natürlich immer eine Entscheidung, was nimmt man rein und was lässt man raus? Also insofern ist das natürlich nicht einfach so geschehen. Und damit ist der Film entstanden, dass sie bleiben immer ihre Entscheidung. Aber wie die Kamera denn im Moment steht, wenn das im Radio kommt, da würde ich denken, das ist wirklich war das Machart, die das gar nicht so ganz genau durchdenkt. Wenn es darum geht, wie Algerien auftaucht, überhaupt die Frage des Kolonialismus, das fand ich schon jetzt beim... Ach, hier ist es jetzt auch gut, das nochmal so richtig groß zu sehen. Es gibt schon viele Hinweise im Film. Es gibt viele Anspielungen, ohne dass es irgendwie wirklich eingeholt wird. Also der natürlich, der Antoine ganz klar ist, die ist die Figur, die da ja auch über Tod spricht, das nicht politisch bespricht, überhaupt nicht, sondern es geht einfach um Krieg und Tod und bleibt sehr abstrakt. Keine politische Frage. Es gibt aber natürlich die Nachricht im Radio. Es gibt auch diese Einblendung auf die Masken, die ich ganz interessant fand. Das könnte man jetzt wieder sagen. Es gab auch so, ich habe ein paar Rezensionen oder Besprechungen oder Texte dazu gelesen, die sagen, da geht es ja wieder um den Aberglauben und so weiter. Das würde ich gar nicht sagen. Es geht schon darum, dass eben die Frage des Kolonialismus, Postkolonialismus, Dekolonisierung da thematisiert wird oder einfach angesprochen wird, sagen wir es mal so. Dann gibt es ja im Café auch so einen kurzen Dialog, wo es um Rassismus geht, auch um Algerien. Also es ist im Film präsent, ohne dass wirklich gewagt wird, das politisch wirklich auszubreiten, durchzuarbeiten oder klarer zu thematisieren. Aber es ist da, ja. Du sagst jetzt gewagt oder es wird nicht gewagt? Gewagt es nicht, aber ich würde mir vielleicht, es hat ja kaum jemand gewagt. Also gut, es gibt den Petit Soldat von Godard, der war natürlich auch sehr ambivalent ist und es ist ja, also Kolonialismus ja insbesondere in Frankreich auch nicht so ganz gut aufgearbeitet. Also deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, da hätte das 61 doch auf jeden Fall besser machen müssen oder so. Das würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Aber es taucht eben so auf, wie es auftaucht. Es ist sichtbar, es ist thematisiert, es wird auch nicht rausgeschnitten. Zugleich bleibt es ein bisschen nebulös, schicksalshaft, unpolitisch. Ja. Ich bin versucht, dazu kurz etwas zu sagen. Es gibt, also die Szene mit den Masken könnte eine Anspielung sein, hat mich jedenfalls erinnert an den Les Tatuts Meurs Tossi von René und von Marguer. Der, also der Film über afrikanische Plastik. Ja, ja. Und der anfängt mit einer unglaublich interessanten Szene, die gefilmt ist in ein Museum, wo afrikanische Skulptur ausgestellt wird und wo man die typischen französischen Intellektuellen und zwei junge Damen hat, die sich das dann anschauen mit der gelangweilten Beflissenheit des Kulturkonsumenten und dann kommt eine junge schwarze Frau, die sich das anschaut und die auch gespiegelt wird in der in der Maske und es wird explizit darauf eingegangen, was das für einen Unterschied ausmacht, wenn man als jemand, der selbst in die Operation des Kolonialismus oder als, sagen wir, implizierte Betroffene damit zu tun hat, diese Plastiken anschaut. In dem Moment geht es ja auch darum, dass sie sich selbst nicht hören kann. Sie will sich nicht hören, sie findet sich scheußlich und als entstellt oder sowas. Ja, die Aufnahme findet sie scheußlich, aber das ist ja eine sehr merkwürdige Erfahrung, sich selbst zu hören. Und die Maske kommt einmal und dann kommt sie nochmal. Plötzlich fährt man und die fahren noch weiter und dann ist wieder so ein Schaufenster, wo noch mehr von den Masken da sind. Und L'Estatement war verboten. Das ist ein guter, das finde ich plausibel. Da fiel der Tensuranheim und es gab einen Film, der noch radikaler war, René Vautier's Afrique 50. Vautier war losgeschickt worden, um irgendeinen gefälligen Film zu machen. Übrigens das Funktionieren der Kolonialverwaltung ist zurückgekommen, hat einen Film über den schieren Rassismus der französischen Kolonialbehörden gemacht, der sofort verboten wurde und auch erst 30 Jahre später überhaupt aufgetaucht ist. Die haben alle die Erfahrung gemacht mit einer effektiven Zensur. Gleichzeitig ist natürlich der Algerienkrieg das bestimmte gesellschaftliche Thema in den 50er Jahren. Das ist das Jahr, in dem Famons »Die Verdammten der Erde« rauskommt, mit der berühmten Einleitung von Zachtre. Es gibt einige Jahre vorher schon ein Buch von Raymond Aron, wo er irgendwie sagt, vergessen, Algerienkrieg, das wird nicht funktionieren, wir müssen da raus, was für einen rechten Intellektuellen eine bemerkenswerte Tatsache ist. Und das Interessante an dieser Radioszene scheint mir zu sein, und es würde mich eben interessieren, es ist ja sicher kein Zufall, dass der Film auf den 21. Juni terminiert ist, Mitte des Jahres, Mitte des Films, diese Symmetrien, die da überall in die narrative Welt eingebaut werden, liegen nahe, dass das mit Bedacht ausgewählt wurde, und ich würde gerne wissen, ob es diese Radiomeldung wirklich so gegeben hat. Sie muss es so gegeben haben, das kann ich jetzt aus der Secondary Literatur natürlich nur sagen, ich habe das nicht nachgeprüft, aber es heißt immer, die hat es so gegeben. Das Interessante ist, die Radiomeldung den ganzen Algerienkrieg in seiner Endphase beschreibt, denn es geht ja nicht nur um den Aufstand der Muslime, sondern es geht auch um einen Prozess gegen einen der Mäuterer, die zusammen mit Raoul Salon, dem ehemaligen Kommandanten der Franzosen in Frankreich, in Algerien, der dann in den Untergrund ging und die OAS gegründet hat und gegen die Franzosen und den FLN gekämpft hat zur selben Zeit. Einer von den Typen steht da vor Gericht und wurde verurteilt zu sechs Jahren Haft wegen Mäuterei. Und das sind also alle Aspekte des Algerienkriegs sind da in Nukleon. Du findest das nicht plausibel, dass das eine Radiomeldung war? Ich würde es gerne nachschauen. Ich kann es nicht sagen. Zu viel auf zu engem Raum und dann noch die Meldung von Edith Piaf's Operation und das passt einfach alles so. Aber vielleicht ist es Quatsch. Also wenn es ein Fundstück ist, ist es ein ziemlich gutes Fundstück. Dann noch am 21.06. Das ist zu viel. Da würde ich jetzt, also man könnte es ja nachschauen, das INA ist gut dokumentiert. Ich fahre gleich nach Paris und gehe ins Rumpfunkarchiv und recherchiere das mal. Too good to be true. Soll ich das machen? Lass uns das gemeinsam sagen. Ich mache das. Ja, wie du machst es. Aber ich meine, es ist ein totaler Schlüsselmoment. Und ich glaube, die These, dass die sorgsam mit diesem Problem umgehen, ist plausibel im Lichte der Erfahrungen, die eben René und Marker auf jeden Fall noch gemacht haben. Und René Woutier, der dann also wirklich geächtet war aufgrund dieses Films lange Zeit. Ja. Gibt es noch Fragen? Diskussionsbedarf? Warten Sie kurz aufs Mikro. Ich zeichne das auf. Mein Namenskirchen ist so schlecht. Die Professorin, die wir gehört haben, das vorletzte Mal, die hat auch ein Buch über die Agnes Wader geschrieben, das habe ich mir bestellt. Die Kelly Conway. Ja, und die hat sie ja besucht und die sagt, die Agnes Wader hätte in dieser Zeit intensiv Radiomeldungen gesammelt. Okay. Und dadurch dann, durch diese Suche, hat sie natürlich dann zusammengeschnitten. Aber da steht der Satz drin, sie hätte die intensiv gesucht. Nein, genau. Also das ist die andere Hypothese, dass es ein Zusammenschnitt von verschiedenen Meldungen ist, wo sie dann die als Glanös, nicht, als Sammlerin, das ist wahrscheinlich das, was passiert war. Ja, danke für den Hinweis. Ja, bitte. Ja, gar nicht so eine vielversprechende Frage, aber kommt jeder in das Radioarchiv in Paris? Ja. Okay, gut. Vielen Dank. Das nennt sich Institut National de l'audiovisuel und sie haben ziemlich viel Zeug online und ja, da kommt man rein. Der Urs wird fit heute Abend. Ich würde gar noch mal an dem Punkt davor angreifen. gerade dieser Hinweis Sammlerin hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass in dem Film selbst sowas wie eine Collage entsteht. Ja, es gibt eine ganze Reihe, also man kann ja auch diese afrikanischen Masken als sozusagen Hinweis auf Tod nehmen. Es gibt eine Reihe von Punkten in dem Film. Ganz am Ende das Paar das Taxi verlässt, gibt es einen Blick auf einen Laden, steht oben Point Fudebra. Also es gibt eine Fülle von, finde ich, von Aufnahmen für die verschiedenen Aspekte oder Themen, die sich im Film durchziehen, die das Collage-artig haben. Als sie ihre Wohnung verlässt, geht sie über den Hof und da sitzt ein kleiner Junge an einem Klavier, einem Kinderklavier. Das ist sozusagen eine nachträgliche Aufnahme dieser Übungsszene in der Wohnung. Die Schrumpfversion des anderen Theoristen, hochkomisch. Ganz klar, das ist kollagiert, das ist zusammengesetzt, das ist auch am Schneidestück zusammengesetzt. Gucken, was passiert und was man davon nehmen kann. Ich würde bezweifeln, dass er das Kind da hingesetzt hat. Ja, bitte. Noch eine Frage. Also es wurde ja schon erwähnt, um dann noch mal kurz darauf zurückzukommen, auf diesen Begriff der Puppe, der ja auch immer wieder auftaucht, auch in diesem Kurzfilm, wo ja auch sie als Babydoll irgendwie bezeichnet wird. Sie erwähnt diesen, also sie bezeichnet sich ja sogar selbst als Puppe, ich weiß nicht mehr genau die Szene, aber nachdem sie auch die Perücke schon mal abgelegt hat und würden Sie jetzt sagen, dass sie es schafft, diese Puppenrolle überhaupt jemals aufzubrechen in dem Film oder bleibt sie da, sie bleibt da ja eigentlich wirklich noch drin? Ich finde auch in diesem Glaskasten, der ja auch mit diesem Baby da noch mal vorkommt, ich finde, da ist sie auch am Ende nicht so wirklich draus rausgebrochen. Klar ist sie aus diesem ganz krassen, aufgehübschten Bild irgendwie rausgebrochen, aber sie ist da trotzdem noch so ein bisschen drin, oder? Das würde ich jetzt, da würde ich Ihnen zustimmen, das würde ich jetzt auch so sehen und ich finde diese Lektüren der letzten Jahre, die vorgelegt worden sind, die versuchen sie ganz klar als eine, also die Figur Chloé und damit auch, auch war da als ganz klar so transformative Figuren zu sehen, das würde ich auch nicht so stark sehen, aber sicherlich verändert sich was, es gibt eine Veränderung in der Figur und so ist das angelegt, aber dass das plötzlich eine Person wäre, eine Figur wäre, die zum Beispiel wie die Taxifahrerin funktioniert, die ja doch als ganz anderer Punkt auftaucht, das bleibt bis zum Schluss nicht eingelöst, das würde ich schon ähnlich sehen, ja. Dann ist bis zum Schluss jetzt das Stichwort. Genau, wir sagen ganz herzlichen Dank für den Vortrag und die tollen Einblicke. Drin Peters, Dankeschön. Und natürlich auch an Vincent Zediger und ich möchte Sie gerne auch darauf hinweisen, das war die letzte Lecture für dieses Jahr, aber natürlich noch bei weitem nicht die letzte in unserem Agnes-Warda-Rhythmus am 14. Januar geht es weiter, Angela Keppler wird dann hier sein und über Lünchans Lothropa sprechen. In diesem Sinne frohe Weihnachtszeit, ich hoffe, wir sehen uns sonst nochmal hier im Filmmuseumskino und guten Nachhauseweg. Tschüss. 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 Vielen Dank.